Aber du weißt nicht, wo das ist. Hier ist es, hier ist es. Escape from the tomb. Ich mach das mal schnell. Ja, geh mal dahin und such den Löffel. Ich würde gerne wissen, wo das ist. Hier. Da, wo der Schlüssel hängen könnte. Ich hab den Koffer gesehen. Ich hab den Koffer gesehen. Wie komm ich hin? Ich bin gleich da. Ah, hier drüben. Hier runter. Und es ist gone. Ich bin jetzt gleich da, Leute. Es ist gone. Komm mal weg, Kies, bitte. Hier kommt der Zombie. Lass den durch. Hier hing das Poster. Ich hab's aber schon mit dem Tomahawk weggesnackt. Siehst du das? Ach, das muss man wegsnacken. Wie krass, ey. Und jetzt geh ich hier in den After. Und der läuft rechts. Ich glatt da in den After rein. Jetzt kann ich hier durch. Und da liegt er. Ich zapp ihn. So lange, ja, ja. Die Lache ist gekommen. Alle zur Cafeteria. Auf zur Cafeteria. Auf zum Atlet. Nur drei Leute werfen dann immer das Tomahawk rein, bis sie einen Löffel haben. Dann hat er den Zombie weg. Mag jemand Acid Gun haben? Ich spür. Mag jemand haben? Jetzt haben wir den Löffel nicht, oder? Acid Gun kannst doch so du mit der Blunder machen. Ja, aber jemand hat noch eine Blunder. Den Löffel, den Fischcock jetzt hat. Den haben wir ja dann alle nicht. Wir kriegen jetzt den anderen. Nee, hier. Alle hier hin. Komm mal her. Ja, ich nicht, weil ich den Zombie hab. Komm mal her. Und jetzt... Hier sieht man den Löffel. Und man muss direkt draufwerfen. Ich glaube, ich hab ihn. Aber ich werf nochmal hin. Habt ihr den auch? Ich bin eine Schlange hier. Habt ihr den auch? Ich glaube, ich hab ihn. Kann dann einer bitte den Zombie abnehmen? Ist weg. Nee, der liegt immer noch hier. Also ich hab eben gerade so einen merkwürdigen Sound bekommen. Geh doch mal weg hier. Ja, so ein Geräusch, ne? Ja, so eine Lache eben. Ja, ich übernehme. Also irgendwie liegt der bei mir noch da. Ja, der soll ja auch liegen, wegen Dalukat. Ich hol den jetzt noch. Wo ist er denn genau? Den siehst du. Ah, okay. Ja. Hab. Ich... Ja. Okay. Und jetzt alle zum Asylum. Ich renn schon mal hoch mit dem Zombie. Nein, Moment. Das Asylum ist ja da hinten, ne? Ich bin mir nicht sicher. Alle zum Asylum. Doch, doch. Du hast mit dem Zombie reden. Er schreit an den Schreien gehört. Ja, ja. Da kam irgendwas. Das ist richtig. Ja, ja. Hauptsache der Kapitän. Kisto hat's nicht verlaufen. Nein, Quatsch. Ich wollte nur ein bisschen... Moment, langsam. Nicht alle, nicht alle. Hast du schon rein? Hast du gerade rein? Nein, ich hab noch nix. Nein, ich hab noch nix. Ich hab keinen Löffel. Warte mal. Wie macht man das denn? Ich hab keinen Löffel. Moment, ich muss nochmal zurück. Wie macht man das denn mit dem Löffel dann? Mit F. Ich rühre. Ne, bei mir geht's auch nicht. Hat einer gerührt? Ich rühre. Ja, okay. Kannst du dann den Zombie wegnehmen im Kreis? Mein Löffel ist untergegangen. Ja, der muss weg. Der muss weg. Jetzt kannst du mir den Zombie dann abnehmen, Kreis? Wo ist der Zombie? Hier, hinter mir jetzt. Ich rühre. Ich rühre. Aber heißt das, dass wir den nicht gekriegt haben unten in den Duschen oder was? Könnte sein. Moment, ich versuch's nochmal hier. Aber normalerweise müsste ich den eben gerade bekommen haben. Gleich könnte nicht gleich... Muss man kurz warten, bis die Animation zu Ende ist. Also eigentlich hatte die Toleranz, die war recht groß. Kreis, nimm doch mal den Zombie hier weg. Nimm ihn doch mal weg. Bei mir war jetzt irgendwas. Bei mir war nix. Und dann hat irgendwie so ein Zombie geredet. Ja, genau. Ich hab den Zombie. Ja, bei mir hat er auch gesprochen. Genau, wenn der Zombie spricht, hast du den Löffel. Aber ich kann hier nix rühren. Einfach nix gedrückt halten. Bei mir geht's auch von der rechten Seite. Ah doch, ich hab's. Hier. Irgendjemand rührt hier. Ich nix. F. Und jetzt, wenn gerührt wurde, was passiert dann? Drück F. Bei mir passiert nix. Achtung, der Zombie. Hier hin. Oh shit. Das heißt, ich muss nochmal runter zum Löffel. Also bei mir ging alles gut. Der Zombie hat doch bei dir gequatscht. Fisch kommt, dann hast du ihn. Auf jeden Fall. Versuch von der rechten Seite aus. Kann einer mal den Zombie erstmal ein bisschen weiter wegnehmen? Ja, komm jetzt hier. Zombie aufs Dach oder so. Also bei mir ging's. Bei mir ging's. Von der rechten Seite fisch. Von hier. Versuch von hier. Es passiert nix. Es wird nicht angezeigt. Du musst so drücken. F. Er hat berührt, aber es kam kein Dings raus. Ich drücke F. Ich drücke ganz viel F. Also mehr F drücken, G. Also bei mir war ein Löffel reingegangen. Bei mir war ein Löffel, der hat sich gedreht. Ich hab's gesehen. Ganz genau. Ich hab auch einen gesehen, aber ich glaub, das war einer von euch, bei dem das... Nö. Deswegen immer schön nach der Reihe. Kreis, hat der Zombie bei dir geredet, als du den Löffel angeschmissen hast? Äh, weiß ich nicht. Was hab ich das ja gehört? Versuch das vielleicht nochmal. Ich geh nochmal runter. Also bei mir hat er auf jeden Fall geredet. Bei mir auch. Aber da kommt noch nicht der Goldene raus jetzt, ne? Nee. Nicht der Zombie. Jetzt müssen wir unten überleben. Kreis, versuch du bitte nochmal, ob du vielleicht nochmal in der Cafeteria den Löffel holen kannst. Weil du hörst den Zombie labern, der ist ja richtig laut. Aber ich hab auch eindeutig den Löffel rühren sehen. Das siehst du, hat er wieder geredet. Hat er geredet? Okay, dann... Bei mir hat er wieder geredet. Ja gut, dann geh nochmal hin. Ja, ich bin so. Knall rein das Ding und dann ab in die Dusche. Wenn er jetzt noch rühren kann, dann war es auch mein Löffel vorhin. No. Kann er aber nicht. Kann er nicht. Wieso? Ich versteh's nicht. Äh, wo ist Cafeteria? Ich bin hier unten. Also ich bin hier unten. Ach, da. Mit dem Zombie. Oh, dann ziehen wir nicht da dran vorbei, Kies wegen... Naja, ich nehm ihn mit. Ich hab ihn schon. Ich probier's jetzt nochmal bei der scheiß Cafeteria Scheiße mit der Scheiße Salat. Ich seh da auch noch nen Löffel liegen. Ja, und bei mir hat er auch wieder geredet. Er redet immer, wenn du den Löffel draufhierst. Wenn du jetzt Toma draufhierst. Ich versuch jetzt nochmal bei mir. Alle mal den Löffel hier nehmen. Ja, alle mal versuchen. Also meiner ist auf jeden Fall schon drin, weil hier bei mir passiert nix. Der hat auf jeden Fall gequatscht. Also meiner ist auch drin. Ja. Ich hab die Animation vom Löffel gesehen. Bei meinem ersten Wurf kam eben die Ansage. Jetzt kam nochmal die Ansage bei mir und ich hab ihn ja auch schon mal gesehen. Vielleicht war's ja doch meiner. Also, ich seh aber auch nix mehr. Oder wir sind alle durch. Ja, ich glaub schon. Kann das sein? Das könnte sein. Vielleicht gehen doch zwei gleichzeitig. Weil ihr standet ja da alle gleichzeitig rumrum. Ja, okay. Sollt ihr gehen? Wir sind durch, ja. Wir sind durch. Das heißt duschen? Gehen wir duschen? Kommt da irgendeine Ansage? Kann jemand nochmal das Video schauen? Kommt da irgendeine Ansage? Ja, warte. Dann müsst ihr nur drauf aufpassen, dass gerade nicht der Zombie mich aufisst. Ich hab ihn, ich hab ihn. Dann nerf ich den Typ. Ich hab den Zombie. Hier draußen heizen wilde Menschen mit Rollern rum. Oh. Nervt. Ich hab jetzt aus Versehen einen Zombie irgendwie abgekriegt. Ich nehm ihn. Bot, 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 bot. Äh, wohin, wie, wieso, was geht ab? Ach, Leute. Was denn? Antwortet. Sprich. Rede. Man soll ja, man hat ihn ja als Nahkampfwaffe. Ja, aber jetzt noch nicht. Und ich hab meine Nahkampfwaffe auf E ge... Ne. Hä? Wir werden schon fertig sein. Also, ich denke, wir sind fertig. Guck jetzt nochmal nach. Ab unter die Dusche. Und, also, dann gehen wir runter in den Duschraum, ja? Hey, ja, ganz ruhig. Wenn ich glaube, wer es nochmal geguckt hat. Ganz ruhig, Cowboy. Dann geh ich schon mal dahin. Ich hab die Seife dabei. Bin der Zombie auch hier. Ist ja egal. Kannst ja mitnehmen. Der hat eh keine Chance. Ich glaub, wir haben's gemacht. Jawohl, ich hab ne Death Machine. Äh, wo... Was ist der aktuelle Plan? Ich hab eben nicht zugehört. In die... Äh, in die Dusche. Dusche. Wer hoch? In Doa. Doa? Du bist die Tür? Warte noch, bitte. Und hier müssen wir überleben, bis die Lache wiederkommt. Und dann... Eine Runde. Nee, nee. Das kann random sein. Das können zwei, drei, vier und so weiter. Oh, nein. Es wird ne harte Nummer hier unten. Äh, ich bin im Duschraum, oder? Ich bin gleich da, ich bin gleich da, Leute. Kommt hier ein Guido? Nein. Weiß nicht. Klingt nach Guido. Nee, Mann, Schluss an der Giste. Ich bin unten. Wo ist Fischkopf? Fisch, ich komme. Komme. Töten. Fischkopf ist auch nicht da. Ich bin sofort da. Jetzt. Hä? Welche Duschen machen wir denn? Ja, die bei der Waschmaschine. Das ist doch keine Duschen. Wie? Du bist nicht hier? Das sind die Duschen hier unten. Jetzt bin da. Guck mal, hier drüben steht Shower Room. Wir dürfen den Raum nicht verlassen. Wir dürfen ihn nicht verlassen. Die Kleinen hier? Wir müssen hier sein. Nee, nee, hier. Wir können uns hier bewegen, aber wir dürfen nicht nach oben gehen oder in den Keller gehen. Okay. Welle 17. Also, das könnten wir noch hinkriegen. Wir haben schon Schlimmeres überlebt. Meinst du? Ja, klar. Eigentlich wieder schießen, Alter. Einfach immer schön die Granaten raus. Tommy und so und Shit, ne? Also, wir dürfen hier alles machen, ja? Ja, einfach alles wegballern. Oh, zum Glück, ey. Ich will wieder nur Tommys werfen. Hau die Granaten raus noch. Dass wir Munition kriegen. Double Points. Nimm mal. Nimm mal mit. Nimm mal mit, Junge. Double Points. Wow. Geht das Tommy auch durch den Zaun hier? Fire, sail. Egal. Keiner darf raus. Keiner darf raus. Das überleben wir, Mann. Das überleben wir hier. Ist es wieder nur ein Göffel oder alle Göffel? Ein Göffel. Wer soll den dann nehmen? Ein Göffel. Ja, dass wir ihn sehen, könnte ich ihn halt nehmen. Nur einer. Oh. Ach, jetzt will er hier irgendwelche... Denkt dann wieder an die Granaten wieder. Yo, raus mit den Granates. Heiße Kartoffel. Oh, Mann. Irgendjemand fingert hier. Ach, da unten ein Crawler. Sind ganz schön stark jetzt mittlerweile. Alle gut gepusht und gut genoggert. Ich bin genoggert. Ich bräuchte noch eine Speed. Nagel hier mal ein bisschen rum. Die gab es im Büro. Boah, wir haben sogar noch mal Sprit, um wieder abzuhauen. Naja, wir sind gut dabei. Haben alle Sprit in der Tasche oder fehlt noch einer? Ich muss unbedingt meine Planner. Nee, ein Player 3 hat noch den letzten. Letzt Player 3. Der Fischkorb hat den letzten Sprit. Ich hab den Sprit schon, äh, gespeichert. Verstehst du? Jo, der kann auch mal reinziehen. Lass mal trinken, den Sprit, wa? Das kannst du aber geloben, mein Freund. Das ist mal so wachsen hier, Flitzpiepe. Ganz sicher. Ihr Flitzpiepen. Flitzpiepe. Du Eierloch. Aber wir sind ja auch wirklich im richtigen Raum, ja? Ja, ja, wir sind hier richtig. Eierloch ist auch so fort. Ich hab noch 300 Granaten. 300? Ja. Circa. Das trotz unseres Credos, sie immer direkt wegzuwerfen. Ja, aber du weißt doch, ich bin so ein Rebell. Ich bin so ein Rebell, ich bin ja der Neue. Ich muss ja immer mit Zombies tanzen. Rabbit. Die nächsten Folgen Uni, ne? Ja. Das wird traurig. Ich bin zu teuer, ne? Er ist einfach zu teuer. Berlin Tag und Nacht, ne? Haben dich gekauft, hab ich gehört. Versteh ich nicht. Versteh ich auch nicht. Oh, keine Granaten mehr. Verdammte Scheiße. Wir dürfen den Raum nicht verlassen, Leute. Ist da jemand eben gerade rausgegangen? Nein. Was ist denn der Tomahawk zählt als Person? Keine Lache. Wie keine Lache? Es kann ein paar Runden sein. Oh nein. Random. Es ist zu 10, oder? Keine Ahnung. Und dann gibt es nur einen Göffel? Ja, klar. Göffel, Mann. Du musst ja auch die Kerben reinschnitzen. Warum machen wir denn alle das Ritual, wenn es nur einen Göffel ist? Ist genormt. So ein Göffel ist genormt. Und dann muss ich wieder bei Geassjaw hier Zombie-Modus gucken. Ja, ja, so, ich hol das, damit alle bei mir gucken. VIP. Very important penis. Auf jeden Fall. Immer hier so ein bisschen rumnageln, ne? Wie nageln? Naja, hier, das Loch zu. Granaten wieder weg. Ja, Mutti. Haben die Munition bekommen? Ach, nee, Runde. Oh, ich muss es anladen. Blinded by the light. Uh. Oh, oh. No, no. Rette mich. Hat mir den Arsch gerettet, ey. Rette mich. Alter Schwede. Billige Jeans are not my love. Das habe ich immer so verstanden, als ich noch klein war. Da dachte ich, macht Sinn. Macht Sinn. Wer mag schon billige Jeans? Keiner. Ich habe immer verstanden. This chair is not my son. Oh, hier drüben, bei der Treppe. Warte, ich angel es, ich angel es. Ah, der Profi. Oh, der Angler. Denk dran. Grenades. Ach so. Gaynades. So eine neue Bewegung. Gaynade, homo. Pro-homo. Pro-homo. Ich bin dafür. Ach, mir ist das alles Latte. Er hat Latte gesehen. Denen auch. Ah, daneben. Alter, stirb doch. Was? Nikolai, Nikolai, Nikolai. Nikolai, stirb doch. Wir sind aber auch gut ausgerüstet. Wir haben den geilen Nougat. Hä? Alle mit dem blauen Tommy am Start. Erotico. Und reich sind wir mittlerweile auch alle. Reis? Reis? Alter Schwede. Ich habe hier eben gerade schön einen weggeblundert. Oh, oh, oh. Oh, ich will auch. Richtig die bloat. Die Blunder hätte ich auch gern. Ja, die macht Spaß. Coole Kids dürfen blundern. Aber wir haben auch ein anderes. Dann werden sie geholt, hä? Ich hoffe ja, eine ganz reguläre. Ach so, er hat ja schon die... Nee, nee, es ist auch eine ganz normale, aber es ist die aus der Hölle. Ach so. Blunder, warum hast du nicht die Acid Blunder vom Hell gemacht? Weil ich lieber mal punchen will. Die ist scheiße. Die ist gepuncht viel besser. Nein, die Acid ist der Hammer. Die ist geil, die ist geil. Nein, die ist total krass. Nein, nein, das ist super. Warum denn? Weil. Weil sie die Zombies tötet. Weil, super. Endlich mal eine Waffe, die Zombies tötet. Zum Glück. Mein Gegenmittel gefunden. Blei. Blei. Und Säure. Du, wie viele Wellen müssen wir wohl schaffen? Die Löse eigentlich, sie war so einfach. Blei und Säure. Aber haben wir denn auch den richtigen Raum nochmal? Ja, definitiv. Die Duschen. Ja, aber wo sind die Duschen? Das hier sind die Duschen. Seh ich nicht. Für weirde und Säure. Ja, sehr gut. Vielen Dank.